hallo ihr lieben ich habe noch einen kleinen mini haul für euch und zwar ist eine kleine bestellung gekommen die ich bei dieter gemacht habe also dietas schnäppchen welt und zwar hatte er zwei sets mit gosses stempeln und ich weiß ich habe gesagt ich will die eigentlich nur noch ja quasi wenn ich ein bisschen geld bei der bestellung noch über habe um was voll zu machen bestellen aber diese beiden sets hier waren mega günstig und deswegen habe ich gedacht da schlägst du jetzt einmal zu und ich hole die gerade einmal raus und zeig euch die alle einmal und zwar haben wir diesen hier den habe ich schon genau wie den den habe ich auch schon bei dem bin ich mir nicht sicher den habe ich nicht den auch nicht den habe ich auch nicht auch diesen nicht den garantiert auch nicht genau wie diese zwei hier ich zeig dir euch einzeln und einmal so den habe ich glaube ich auch noch nicht den habe ich schon den nicht den bin ich mir ziemlich sicher habe ich auch schon dann ist dieser hier noch neu für mich dieser der ist auch neu für mich den habe ich auch nicht und den auch nicht also ihr seht hier sind echt einige 246 18 12 14 stück die ich noch nicht habe dann sind hier fünf stück die ich schon habe und einen bei dem ich mir nicht sicher bin ja wie gesagt diese ihr wisst das ja wenn ich was doppelt habe oder so dann kommt das immer in meine kiste und ja ich habe mir gedacht sobald ich eine bestimmte abonnentenzahl voll habe werde ich eine verlosung machen und da werden auch ein paar von diesen stempeln mit rein wandern aber auch andere sachen ja aber dass dann wenn der zeitpunkt gekommen ist ein bisschen dauert ja auch noch ja ihr lieben das war schon mehr habe ich hier gar nicht bestellt wie gesagt das war halt nur dieses eine set weil es so unheimlich günstig war und da habe ich mir gedacht komm jetzt schlägst du zu bevor die weg sind und ja genau okay lieben ich will gar nicht so viel erzählen also bis bald tschüss bis bald